Ich lerne Deutsch. Nummer 9754 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Urlaub war schön und der Flug angenehm und pünktlich. Trotzdem bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Der Urlaub war schön und der Flug angenehm und pünktlich. Trotzdem bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Der Charakter einer Person kann sich im Laufe der Zeit aufgrund von Erfahrungen und Entscheidungen ändern. Der Charakter einer Person kann sich im Laufe der Zeit aufgrund von Erfahrungen und Entscheidungen ändern. Ich bin in der Lage, mich von der Angst vor Ablehnung zu befreien und authentisch ich selbst zu sein. Welches Teil kommt in welche Kiste? Ich bin etwas verwirrt. Kannst du mir helfen? Welches Teil kommt in welche Kiste? Nachhaltige Wassernutzung ist entscheidend, um Wasserknappheit in Trockengebieten zu vermeiden. Nachhaltige Wassernutzung ist entscheidend, um Wasserknappheit in Trockengebieten zu vermeiden. Auch in diesem Jahr werden wieder die offiziellen Europameisterschaften im Inlinespeedskating ausgetragen. Auch in diesem Jahr werden wieder die offiziellen Europameisterschaften im Inlinespeedskating ausgetragen. Unsere Trainerin ist immer dabei. Sie achtet auf jede Bewegung. Unsere Trainerin ist immer dabei. Sie achtet auf jede Bewegung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.